Katja, wir machen es auch danach. Ich wollte nur einmal fragen, kannst du mir einmal das Stück vorspielen, was du jetzt spielst? Es ist schon rabiat, das ist, was du immer machst, immer hart und weich. Wenn ich spiele, kann ich nicht ehrlich sein, deswegen habe ich hart gemacht. Das ist schön, ich mag hart. Wir reden gleich weiter. Danke.